Ich liebe es, berühmt zu sein. Ich liebe es, ich liebe Paparazzis, ich liebe, liebe, liebe sie, denn es ist ein Zeichen von Relevanz. Wenn sie dir nicht nachlaufen, interessiert sich niemand mehr für dich. Und das ist in diesem Showbusiness essentiell. Wenn man hier erfolgreich sein möchte und überleben möchte, dann muss man ein Stück weit des Spiels mitspielen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es für mich ein Privileg, vor unfassbar vielen Menschen singen zu dürfen. Das machen zu dürfen, was mir am meisten Spaß macht und damit am Ende des Tages auch noch meine Rechnungen bezahlt haben. Was den Freundeskreis anbelangt, es ist der gleiche wie zuvor. Denn diese Menschen hat man, wenn sie sich Geschicht anstellen, in zwei Minuten durchschaut. Und deswegen würden wahrscheinlich viele von mir behaupten, ich wäre distanziert. Kann sein, aber je mehr Menschen man kennenlernt, desto mehr weisen sie einzuordnen. Und mein Freundeskreis war vorher ein Riesenteil der Unterstützung, die ich erfahren durfte und es ist heute auch noch. Und ich möchte nicht lügen, ich glaube, je länger man in der Öffentlichkeit steht, desto vorsichtiger wird man auch, wenn man neue Menschen kennenlernt. Aber man wird auch ganz gut im Smalltalk. Ich weiß nicht, danke.